Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 1. Februar 2017. Heute beginnen wir den zweiten Monat in diesem schönen neuen Jahr. Für euch da ist Martin Edpock-Ibsi-Rechtsteiner und ich habe heute die folgenden Themen für euch mit dabei. Lego Live, Instagram Stories, Apple Music, Rafri, Smartphone-Tot, Plex, Justin Long, Google Chrome, 78,4 Milliarden. Ja, A-Fall. Ich bin ja ein typischer A-Fall-Adult-Fan of Lego, also ein erwachsener Lego-Fan. Man kann mich ja da auch auf diversen Kanälen auf Instagram und Twitter usw. verfolgen. Link natürlich in den Shownotes. Und für mich gibt es jetzt ein eigenes Instagram. Gut, eigentlich ist es mehr gedacht für Kinder. Die können da ihre Lego-Bilder machen und teilen. So quasi ein Lego-Instagram. Das gefällt mir. Muss ich runterladen. Gibt es übrigens aktuell schon für iOS und Android in den Staaten in England, Kanada, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Also wir alle drei Länder sind mit dabei. Und ja, wer mag, kann da ja mal rein. Ich werde da sehr wahrscheinlich als Adpock-Ibsi zu finden sein, sofern es ein Ad da gibt. Auf jeden Fall Pock-Ibsi. Ja. Gehen wir ein Thema weiter. Was haben wir denn da? Instagram-Stories. Genau, wie wir gerade schon beim Thema sind. Instagram nimmt anscheinend Snapchat-User weg. Wer hätte das gedacht? Wenn man sich da ja schon über Jahre eine grosse User-Base aufgebaut hat, kommt man da relativ schnell dazu, dass wenn man da was teilt, ein bisschen mehr Nutzer erreichen könnte. Außer man ist ein Snapchat-Star. Aber ja, hätten wir es nicht anders gedacht. Und mal schauen, wie es weitergeht. Denn Snapchat geht ja an die Börse. Mittlerweile kommt sie langsam, die Brille. Achim hat ja so eine. Testbericht gibt es bald bei uns auf dem Pock-Ibsi.ch-Blog. Und er wird sicherlich auch im Geek Talk ein bisschen was darüber berichten. Musik, Apple. Ja, allzu viel Sponsoring hat Apple bis jetzt nicht gemacht in unseren Breitegraden. Doch damit scheint es langsam zu starten. Zumindest in Deutschland. Da ist nämlich Apple Music mit der Telekom, die ja mit Bayern München schon zusammen sind, jetzt in Bund eingegangen. Apple Music ist auch mit der Telekom verbandelt. Und somit ist das Ganze so alle drei miteinander im Bett. Und die sponsoren jetzt die Fussball-Jungs. Zusätzlich neben einer Playlist von den Jungs gibt es da auch Bilder und alles Mögliche rundherum. Wer also Fan vom FC Bayern ist, sollte sich vielleicht das mal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es übrigens auch eine Verlängerung mit Dr. Dre, also den Beats-Geschichten. Denn die wurde auch auf 2017 erneuert. Heisst nicht nur, dass die Fussballspieler Musik von Apple anhören, sie haben auch noch Kopfhörer von Apple drauf. Also somit ist das eine richtige Apple-Mannschaft irgendwie. Mal schauen, wie das den Fans gefällt. Raffray oder Raffray, wie man das aussprechen mag, ist ein Smartphone für Leute, die es gerne schmutzig mögen. Oder eben auch nicht. Denn das Smartphone kann man mit Seife waschen. Man kennt es ja, wasserdichte Smartphones ist nicht mehr so allzu neu. Das Teil lässt sich einfach, neben dem das wasserdicht ist, anscheinend noch sehr gut auch sonst raunigen. Und ihr könnt da wirklich schmutzige Dinge damit tun. Keine Ahnung, was das soll. Aber es gibt es, ein waschbares Smartphone. Und ein solches hätte eine österreichische Mitbewohnerin, also Mitbewohnerin, eine österreichische junge Dame am besten genutzt, weil anscheinend ist sie an einem Smartphone gestorben. Zumindest der Strom, dem Stromkreislauf, was da noch dran hing. Sie sei anscheinend mit einem Smartphone in die Badewanne gegangen. Passiert ja vielfach, vor allem wenn die wasserdicht sind. Aber dann sollte man das Teil nicht unbedingt an der Stromsteckdose montiert haben. Denn wenn das da dann mit dem Wasser in Berührung kommt, könnte es ein bisschen surren. Oder eben sogar ein bisschen mehr. Liebe Damen und Herren dieser Welt, ja, informiert euch. Technik, Strom und Wasser. Nicht immer die ideale Kooperation, würde ich sagen. Plex, der eine oder andere kennt es sicherlich. Kodi und Plex sind ja so die zwei grössten eigenen Streaming-Geschichten, die man sich so im Heimkino oder besser gesagt im Heimserver-Bereich installieren kann, nutzen kann. Und Plex hat da ja schon länger so neben einem kostenlosen Angebot auch die Möglichkeiten für einen kleinen Plan. Ich glaube, ich zahle da irgendwie 94 Dollar pro Monat, dass ich dann Zugriff auf meine ganzen Daten, welche ich im Plex-Universum drin habe, auch von auswärts habe. Und da kommt jetzt anscheinend noch mehr dazu. Leider wieder mal nicht bei uns in Europa. Doch der Aufkauf der Firma, die sich da nennt, WhatJob, soll nicht nur eben wegen der Streaming-Geschichte gekauft worden sein. Vor allem, weil die Damen und Herren, die da beim Unternehmen arbeiten, ziemlich talentiert seien, wie es hieß. Sprich, die sind vor allem im Bereich Machine Learning unterwegs. Und das kann natürlich auch einem Dienst wie Plex nicht schaden. Mal schauen, wie da die nächsten Updates sind und kommen. Liebe Hörer, wenn ihr was nutzt, Codi, Plex, was von beiden nutzt ihr? Das würde mich persönlich Wunder nehmen. Ja, Google hat Chrome für iOS als Open Source zur Verfügung gestellt. Das aus dem Grund, weil Browser, die auf iOS rauskommen möchten, und das über einen offiziellen Store, die müssen eh auf dem Webkit von Apples eigenem System beruhen, sind somit ziemlich limitiert. Und deshalb haben sie die ganze Geschichte jetzt endgültig als Open Source online gestellt. Bringt dem Nutzer ziemlich sicherlich fast nichts, oder aktuell zumindest nichts. Denn entwickeln könnte es sicherlich interessieren, den einen oder anderen. Werden ihr dazu gehört, schaut mal rein und ja, sagt doch, wie das Ganze ankommt. Mögt ihr euch an Justin Long erinnern? Damals, als wir noch jung waren, gab es doch diese Hello, I am a Mac-Werbekampagnen. Lang, lang ist es her. Da gab es den ein bisschen älteren Herr, der hat immer den Windows-PC gespielt, und dann den Jungen, der Coole, der Hipster, der Mac. Und der, der macht jetzt Werbung für Huawei. Strange. Oder auch nicht. Ist ein Schauspieler, braucht Geld, und ja, macht seine Arbeit gut. Das erste Ding ist online. Der Interview nennt sich das Ganze. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, wir haben den Link bei uns natürlich in den Show Notes mit drin, damit ihr da reinschauen könnt. Zu guter Letzt ist noch eben die 68,3 Milliarden. Das sind US-Dollar, und das ist der Umsatz, welcher Apple erzielt hat im letzten Quartal, also quasi im Weihnachtsquartal. Sie haben damit wieder mal ein Rekord, oder besser gesagt, mehrere Rekorde geschafft. Das erste Mal seit drei Quartalen ist jetzt auch der iPhone-Abverkauf wieder gewachsen. Unglaublich, was da noch alles zu melken gibt, aber anscheinend haben immer noch nicht genügend Leute ein iPhone oder sich wieder ein neues gekauft. Ich freue mich auf meinen nächsten Zwei-Jahres-Wechsel. Wird dann irgendwann Ende dieses Jahres wieder soweit sein, denke ich doch mal. Nimm das gemütlich, eins nach dem anderen. Oder soll ich wieder mal Android ausprobieren? Ah, mal schauen. Das war's eigentlich mit den News, die ich für heute mit dabei habe. Der 1. Februar startet gut in den Tag und vor allem auch in den neuen Monat. Und wie immer, euch ganz viel Erfolg. Bis bald, morgen wieder. Spätestens hoffe ich doch. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.